hallo ihr lieben und willkommen zu einem schnellen spontanen video von mir und zwar hatte ich beim letzten mal gesagt im video dass ich noch zwei weitere dürfte von diesen sprays bestellt hatte und zwar war das die 40 und die 71 das sind die sol de janeiro body mist und das ist noch neu das ist noch zu kann man bestimmt sehen das hier habe ich schon ein paar tage genutzt und ganz große liebe wirklich ganz 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 große liebes riecht hier unfassbar gutes darmparfum süßliche richtung absolut toll wir können die anderen sprays die ich da alle vorgestellt hatte absolut null mithalten für mich zumindest der duft ist stark der hält lange also ich finde er hat wirklich lange viel länger als die anderen das soll ein tube sein zu dama bianca von zersche ich habe auch schon gehört dass es von buberia das dub sein soll oder sehr 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 ähnlich riechen soll ich habe beide nicht gebrochen deswegen kann ich nicht sagen aber eins kann ich sagen dieses body spray ist wirklich super super mega lecker es riecht auch sehr sehr lange also ich sprühe mir das zum beispiel morgens auf ich denke dann abends okay riecht nicht mehr danach und am nächsten morgen wenn ich meine sachen in die wäsche schmeißen will dann denke ich so oh mein gott warum riecht das so stark also wirklich unser bad mein ganzer wäschkorb riecht nach diesem zeug wo ich gedacht habe okay es riecht nichts mehr aber ja dann im bad merke ich okay meine klamotten riechen extrem noch danach und das hier habe ich noch nicht probiert dass jetzt die 71 da war ich ja richtig gespannt weil die 62 mag ich ja sehr gerne und die riecht ja so in eine vanillige richtung also so futig sag ich jetzt mal was habe ich für das gekruschelt das muss erst mal aufmachen und das riecht ja so futig ich hatte ja die hoffnung gehabt dass das auch also viele haben gesagt es geht in eine sehr sehr futige richtung die 71 jetzt gucken wir mal ob das auch so ist oh mein gott also man es ist richtig voll nach kriegs nach cookies also wartet mal kurz warten also es riecht nach kekse im ersten moment habe ich gedacht es riecht nach spekulatius keksen oder so also ich hatte das gefühl es riecht nach spekulatius also es riecht 100 prozent extrem nach keksen oh also das ist richtig schön also wer so futige sachen mag also es riecht absolut wie kekse mit vanille also ich kann nicht sagen ob das jetzt so wie bisschen butter keks mit vanille ich habe so das gefühl so ein bisschen spekulatius geruch da drin also der ist richtig schön also der ist viel 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 kuriger als die 62 superschön also im ersten moment hatte ich jetzt sehr stark beim aufschulen aber der verfliegt glaube ich auch schnell also ich rieche es auf jeden fall oh mein gott ich riecht wie den kuchen ich rieche wirklich wie den keks oder kuchen also richtig lecker also die zwei kann ich wirklich empfehlen also das hier ich weiß jetzt nicht von der haltbarkeit wie lange es ist aber man kriegt wirklich wie so ein keks und das hier das sowieso also erricht so gut und so luxuriös also ich habe das gemerkt die leute reagieren auch da drauf also wenn ihr einkaufen seid also da habe ich schon ein paar leute die so gemacht habe ich gemerkt okay die wollen wissen doch was richtig also der es riecht stark auch und es riecht wirklich gut also ich ich kann euch nur sagen das würde ich mir auf jeden fall kaufen wenn ihr süße parfums mögt das ist nicht überladen süß es riecht auch nicht wie eine süßigkeit es riecht wirklich wie ein parfum und das hier könnt ihr nehmen wenn ihr so richtig auf vanillige keksige sachen steht dann dann ist das wirklich absolut favorite ja also bin ich froh weil die anderen muss ich sagen ich war teilweise ziemlich enttäuscht von den dürften ich habe das ja auch im video gesagt dass ich gesagt habe das ist so und das ist aber die zwei ja also das hier habe ich schon nach bestellt gab schon zweimal nach bestellt also noch zwei stück davon weil ich ich habe auch davon viel glaubt mir und das hier das werde ich auch definitiv noch mal nach bestellen weil ich liebe es also es riecht auch nicht so künstliches riecht richtig nach keks und kuckoo wirklich lecker so dann wünsche ich euch einen schönen tag noch und wir sehen uns hoffentlich bis bald hat heute ich war eigentlich fertig mit meinem video aber ich habe vorhin also für euch ist jetzt eben für mich was aber vorhin habe ich zwei habe ich ein video gemacht zu diesen zwei sprays die 40 und die 71 zu der 40 habe ich schon was gesagt ist ein wirklich schönes parfum heute auch schon drauf angesprochen aber das also ich weiß gar nicht wie ich es euch sagen soll ich habe vorhin das spray hierhin gesprüht so nicht mehr normal body spray sprüht so auf die haare auf den körper auf die klammern überall hin ich habe danach noch zwei videos gemacht von seife und duft wachs ich konnte mich nicht konzentrieren die ganze zeit bei dieser duft da und die ganze zeit war dieses meine nase wollte nur diesen duft nach das war so schlimm ich komme mich kaum komzentrieren wenn ihr die video sehen würde die war eine richtige katastrophe also ich werde die trotzdem hochladen aber es ist peinlich weil dieser duft die ganze zeit da war also er ist wirklich das ist ein starker duft man riecht ihn er ist da ihr müsst vanille mögen cookies mögen ähm ihr solltet vielleicht auch spekulatius mögen weil ich ich finde immer noch dass er sowas von spekulatius irgendwie hat aber der duft ist so unfassbar gut wirklich ist so schön also wenn ihr das mögt wenn ihr kekse mögt wenn ihr auch so ein bisschen spekulatius mögt wenn ihr vanille mögt dann müsst ihr euch den duft holen wirklich glaubt es mir weil der ist gegenüber der 62 die 62 den werden viele kennen gegenüber der 62 ist dieser hier viel süßer die 62 riecht gegen den hier extrem holzig also wirklich extrem der hier riecht wirklich wie keks der riecht lecker der riecht vanillig ich kann euch nicht sagen aber das wenn ihr riechen könnte ich würde so gerne sagen hier riech mal aber ich kann leider nicht aber der ist wirklich es ist unfassbar gut also wenn ihr sagen würdet von 1 bis 10 was ist es für eine nummer ich würde sagen 10.000 wirklich der ist ich kann es nicht sagen wirklich es ist der riecht einfach so gut also den müsst ihr wirklich selbst testen also jemand der es mag bitte tut euch selbst den gefallen holt euch diesen duft solange es den auch noch gibt weil irgendwie habe ich das gefühl ich weiß nicht irgendwie habe ich probleme gehabt den zu finden und deshalb gehe ich jetzt auch noch mal auf die suche und bestellt mir gleich noch ein paar davon weil ich unheimliche angst habe dass ich ihn nicht mehr bekomme ja also wie gesagt ich kann euch auf jeden fall zu der 40 raten der riecht unheimlich gut jeder und der hier ist auch wahnsinnig gut also das sind von allen sprays die ich euch vorgestellt habe und ich glaube es gibt auch sonst keine die vorgestellt habe sind das meine absoluten favorites also der hier vom parfümigen her mein favorit und den hier mag ich jetzt gerade viel lieber als die 62 ja also ich hoffe dass von dem vielleicht noch mehr rauskommen vielleicht noch so eine creme oder irgendwas leckeres also den hier kann ich es dann kann ich absolut dazu raten und wenn ihr die pflegeprodukte also die haarwäsche und das alles von der 62 benutzt der passt auch dazu also es nicht so wie bei diesem hier wenn ihr zum beispiel die habe schon das alles benutzt und nehmt quasi den parfümigen duft dazu dann ist das so ein bisschen das passt nicht so richtig weil das andere so eine süße foodie gerichtung hat und das hier so ein richtiges parfum und irgendwie für mich persönlich passt das irgendwie nicht so zusammen aber der hier würde definitiv dazu passen ihr müsst halt nur wirklich süß mögen weil er ist ich liebe ich bin wirklich so glücklich dass ich ihn habe und ich muss gucken dass ich ihn auf jeden fall noch mehr bekomme ja also das war alles was ich dazu sagen wollte ja das war alles was ich euch dazu sagen wollte und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und jetzt aber wirklich und dann wünsche ich